Was geht ab, Leute? Heute möchte ich mit euch den besten Tipp, den ich vermutlich jemals geben könnte, teilen. Denn, wisst ihr, man kriegt so viele Tipps. Man kriegt so unglaublich viele Tipps. Und ich habe mir schon so viele Tipps angehört. Ich habe schon so viel gelesen, so viel gehört, so viel angeschaut. Und das Lustige ist, man kriegt immer einen Tipp und dann versucht man den vielleicht umzusetzen, wenn einem der gefällt. Und dann funktioniert der entweder oder funktioniert nicht. Oder irgendwie fragt man sich so, ja, ist das wirklich das, was ich jetzt brauche? Und in dem ganzen Prozess fällt mir eine einzige Sache auf. Und zwar eine einzige Sache, wo ich wirklich sagen muss, okay, wenn man jemandem nur diesen einen Tipp gibt, dann wird der ein unfassbar gutes Leben führen. Und der eine Tipp ist der folgende. Kinder, sag dir einfach, dass du das beste Leben führen möchtest. Das ist ja genau das, was ich vor sechs Monaten nach meinem Abi für mich selber formuliert habe, wo ich mir gesagt habe, okay, das möchte ich machen. Und ich sage es euch ehrlich, von all den Sachen, die ich bisher gehört habe, gesehen und so weiter, muss ich echt sagen, war das das Beste, was ich jemals machen hätte können. Denn das Krasse an der Sache ist, wenn du wirklich deinen Kopf sozusagen darauf ausrichtest, zu sagen, okay, ich möchte das beste Leben führen. Was du immer ständig machen wirst, ist, dass du dich ständig fragen wirst, was ist denn eigentlich das beste Leben? Was ist es denn eigentlich? Und da meine ich noch nicht mal, dass du so unglaublich nur noch ins Nachdenken und Philosophieren verfällst, auch wenn das ein entscheidender Teil davon ist und sicherlich hilfreich ist, aber vor allem, du wirst dich ständig immer und immer wieder hinterfragen. Was manchmal dir in der jeweiligen Situation vielleicht gerade nicht so passt, aber du wirst immer das, was du tust, egal ob jetzt im Moment oder so, grundsätzlich von dem, was du tust, wirst du immer darauf hinterfragen, ob das jetzt wirklich das Beste für dich ist. Und das soll auch nicht so obsessiv sein im Sinne von, oh, es ist immer das Beste, immer das Beste, immer das Beste. Nein, aber ganz einfach darauf, dass du dich fragst, ist das, was ich gerade tue, wirklich das Beste für mich? Wirst du immer, immer und immer wieder identifizieren, was gut für dich ist und was nicht so gut für dich ist. Das Krasse ist ja, ich zum Beispiel, das Lustige ist, ich bin ja gerade in so einer Phase, wo ich was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, ich will einfach mal wissen, was passiert, wenn ich nur mache, worauf ich Bock habe. Wenn ich nur mache, worauf ich Bock habe. Was habe ich gemacht? Ich habe mit meinem Bruder eine ganze Nacht lang durchgezockt. Könnt ihr euch das bei mir vorstellen? Ich habe einfach nur gezockt. Ich hatte einfach nur Spaß und habe gesagt, gut, okay, wir haben viel zu viele Spiele verloren, als dass es Spaß gemacht hätte. Aber wir haben einfach nur gezockt und danach habe ich einfach mal 20 Stunden gepennt. Ja? Und wenn man das jetzt hört, würde man ja denken, hä? Aber Leo, du sagst doch irgendwie, du bist doch immer so, voll, mach dein Ding und Motivation und Bäm und hä? Hä? So, hä, das ist doch, das bist doch gar nicht du oder so. Und das Interessante ist, meine einzige, meine einzige Sache ist ja, dass ich aktiv dem besten Leben nachgehen möchte. Ich möchte wirklich für mich herausfinden, was ist das beste Leben? Was ist das beste Leben, was ich führen kann? Und für mich war halt schon, dass es schnell klar ist, irgendeiner großen Sache nachzugehen und irgendwie was Bedeutendes zu schaffen, dass einen das unglaublich erfüllt. Aber gleichzeitig habe ich dann auch, das ist ja genau an dem Punkt, was ich jetzt sage, da strikt dieser Tipp so krass. Weil, dann gehe ich, dann bin ich so voll, monatelang in diesem Zack, ich mache Bäm, 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 da, Vortragsschule, es geht ultra ab, ich bin selbstständig, holy shit. Und dann kriegst du von irgendjemandem so hingeschmissen, bist du nicht viel zu leistungsorientiert? Bist du nicht viel zu diszipliniert? Und dann fragst du dich aber, oh shit, oh shit, bin ich zu leistungsorientiert? Bin ich zu leistungsorientiert? Und dann, dann wirf ich das vielleicht noch aus der Bahn. Und dann ist aber das Interessante, dass du dir dann zum Beispiel sagst, wie ich jetzt, okay, ich mache jetzt einfach nur mal das, worauf ich Bock habe. Ich mache einfach nur das, worauf ich Bock habe. Und dann habe ich jetzt ultralang gezockt, habe jetzt echt lang gepennt, habe auch gegessen, was ich wollte und jetzt muss ich sagen, ich habe gar nicht mal mehr so viel krass Bock auf Zocken. Eigentlich will ich jetzt auch keinen Zucker mehr essen. Und irgendwie, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, macht dieses Hasseln echt Bock. und seht ihr, dann machst du mal wieder das von vorhin, weil du dich wieder und wieder überprüft hast, ob das denn wirklich das ist, was du machen möchtest. Und dann stellst du fest, okay, das ist das, was ich machen möchte und dann machst du es wieder. Oder du stellst fest, nee, eigentlich, eigentlich ist das so echt viel cooler. Einfach nur zocken ist irgendwie echt cooler. Und dann machst du das. Und das Lustige ist an der Sache, jetzt sagst du mal vielleicht, was ich mir auch so denke, ja okay, aber wenn du nur zockst, wovon willst du dann leben. Das Lustige ist, wenn du dir dann aber für den Moment sagst, ja okay, ich will jetzt einfach nur zocken. Dann zockst du, zockst du, zockst du, auf einmal hast du kein Geld mehr, kannst nichts mehr bezahlen und so weiter. Und denkst dir auf einmal, oh shit, oh shit. Okay, also lieber mache ich irgendwas, als dass ich keinen Strom und kein Wasser mehr habe. Und dann machst du das wieder. Und das Lustige ist, du wirst immer, immer und immer wieder überprüfen, ist das wirklich das Sinnvollste, so wie ich es machen kann, ist es wirklich das Beste für mich. Versteht ihr, wir alle wissen nicht, was das Richtigste ist. Wir alle wissen nicht, was das Beste, Sinnvollste, was wirklich gut für dich ist. Aber da, der einzige Weg, das ist das Geile, der einzige Weg, wie wir es wirklich herausfinden werden, ist, indem wir sagen, okay, ich habe diese Mission, ich möchte es einfach herausfinden. Und dann musst du es für dich herausfinden. Ich glaube, es bringt auch gar nicht mal so viel, irgendwas im Internet zu recherchieren, wie werde ich glücklich und so weiter. Habe ich auch schon viel gemacht, aber wenn man einfach der Sache nachgeht, einfach immer ausprobiert, immer ausprobiert und sich immer wieder überprüft, dann wirst du da drauf kommen, weil es gibt, das ist dann binär, ja, sprich, es gibt nur ja oder nein, weil du schaust dann an, ist es wirklich das, was ich machen will, ja oder nein. Dann, wenn du es intensiv genug gemacht hast, sagst du vielleicht, ja, da habe ich Bock drauf, oder nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und so filtern wir es irgendwann immer raus und das ist das unglaublich Geile. Sprich, egal, das ist das Fette, egal in welcher Situation du bist, sag dir einfach, ich möchte das beste Leben führen und dann wirst du da ankommen. Dann wirst du da ankommen, das ist das Geile, weil immer, wenn du irgendwas machst, was es nicht ist, wirst du früher oder später dich fragen, ist es das eigentlich? Und wenn du dann zu dem Schluss kommst, nee, dann machst du was anderes. Und das ist ja das aller, aller Geiste. Wenn dieses Nee von wegen, nee, das will ich eigentlich nicht machen, weil es mir zu anstrengend, dann machst du andere Sachen. Auf einmal fällt dir ein, eigentlich, eigentlich war es erstes Geiste. Und dann machst du vor allem mal das, aber dann machst du es wirklich ehrlich, weil du sagst, wow, das ist ja wirklich das, was ich machen möchte. Und dann machst du es noch so tausendmal mehr, wie du es davor gemacht hast. Und das ist so ein Ding, was mir vorher gestern gekommen ist, das ist einfach so krass, weil du einfach immer und immer. Das ist wie, es gibt auch diese Raketen, die sich auf ein Ziel orientieren und dann den Weg ganz unterschiedlich fliegen können, Sachen ausweichen können und so weiter. Also sie werden immer ins Ziel treffen. Und genauso ist es ja auch mit unserem Kopf, deswegen heißt es ja, ist denn ja Ziele setzen so wichtig, weil du dann weißt, okay, da will ich hin. Und dann wirst du irgendwie den Weg finden, aber auch im ganz, ganz großen Kontext, wenn es um dein Leben geht. In dem Moment, wo du sagst, ich möchte das beste Leben führen, dann, weiß dein Kopf, okay, da wollen wir hin. Und dann wirst du diesen Weg finden. Der kann dann für jeden unterschiedlich aussehen, ja, keine Ahnung, vielleicht ziehe ich in ein paar Monaten für ein Jahr nach Indien, um mit irgend so einem Guru da ein bisschen zu meditieren. Und dann merke ich irgendwann, ha, das hat mir jetzt voll viele Insights gegeben, aber eigentlich ist Meditieren voll der Bullshit. So nach dem Motto, das war voll sinnvoll, das jetzt ein Jahr zu machen, aber jetzt checke ich erst, ja, mit dem geht es nur darum, einfach random Spaß zu haben. Und dann mache ich das. Aber ich werde, und wenn ich dann irgendwann über ein Jahr lang merke, oder über ein paar Jahre, also wenn du immer nur Spaß hast, dann geht gar nichts mehr in deinem Leben voran, dann sagst du dir, okay, ich sollte ein bisschen Spaß haben, aber mehr Produktives machen. Und man wird es auf jeden Fall rausfinden, das finde ich sowieso geil, und das ist, glaube ich, wenn ich der Welt eine Message mitgeben könnte, dann ist es die, treffe dich die Entscheidung, dass du das beste Leben führen möchtest, und dann wirst du, das ist ja das Entscheidende, nicht was andere für dich sagen, nicht was ich sage, nicht was irgendwer sagt, sondern du für dich wirst abgleichen, was ist wirklich gut für mich, und dann wirst du schlussendlich dein bestes Leben führen. Und deswegen in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, und jetzt für mich noch eingefallen, mach aus dir selbst und deinem Leben ein Meisterwerk. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020